Gebon ist ein Spiel, in dem es darum geht, sich mit seinem Affen zwischen Bäumen hin und her zu schwingen. Es gibt verschiedene Modi, wo man verschiedene Aufgaben erledigen muss. Die Grafik ist sehr gut und die Steuerung auch ziemlich leicht und die Musik ist auch entspannt. Gebon, Beyond the Trees Das Spiel strahlt durch das kreative Design eine schöne Atmosphäre aus. Diese wird gestaltet durch eine stilisierte Darstellung des Regenwaldes und dessen Bewohner, sowie auch der stimmungsvollen Musik. Themen bezüglich Umweltschutz werden teilweise gezeigt, aber nur marginal angesprochen, was angemessen ist für die junge Zielgruppe. Auch die Steuerung ist sinnvoll erhalten und so auch für Jüngere leicht verständlich. Es gibt keinen direkten Lerneffekt, sondern es geht um das Spielen des Spielens willen.